So, ja, Stefan, wir haben jetzt viel gesehen, wir haben viel gemacht, ich habe ganz viele Eindrücke bekommen, du hast ganz viel mir noch so erzählt und ich kann dir sagen, ich war ja auf der Suche nach dem weltbesten Kinder- und Jugendtraining und hier bei dir in Badlar habe ich das zweitbeste Training der Welt gefunden. Boah, finde ich schon klasse. Das heißt für mich, das zweitbeste Training, ich muss noch weitersuchen, also wenn es da draußen noch irgendwie jemanden gibt, der vielleicht das weltbeste Training hat, ich komme vorbei mit meinen Kameras und gucke mir das mal an und bis hierher, also das zweitbeste Training der Welt, das war schon gut. Dankeschön. Ja, danke, gerne geschehen.